Okay, ich grüße euch zu einem neuen Yu-Gi-Oh! Part, nachdem im letzten Part ja der Kellen verhaftet wurde, geht es jetzt mit der Story weiter. Willst du Schluss machen? Ja. Okay, ich werde mich auch etwas ausruhen. Yanka! Yanka! Yanka, kannst du mich hören? Endlich, komme ich zu dir durch! Oh nein, das Slenderman! Dies ist der Welt der Geister aller Duellmonster. Es mag für dich wie ein Traum erscheinen, aber es ist keiner. Er ist real. Hier leben die Geister der Duellmonster. Sie alle lebten hier einmal im Frieden. Aber jetzt befindet sich eine böse Macht auf dem Weg in diese Welt. Sie will dieses Land verderben und es für ihre eigenen Zwecke missbrauchen. Genau das gleiche Schicksal hat sie auch mit der Menschenwelt im Sinn. Wenn die Welt der Geister fällt, dann ist die Menschenwelt als nächstes dran. Ein Mädchen in der Menschenwelt ist die einzige Person, die dieses Land retten kann. Sie ist mit der Welt der Geister verbunden und ihr reines Herz kann uns gegen das Böse helfen. Aber sie ist noch jung und hat noch nicht den Mut, den sie braucht, um sich dem Bösen zu stellen. Deshalb bist du nicht so mächtig wie sie, aber du kannst... Äh, aber auch du bist mit dieser Welt verbunden. Was für ein Zufall! Bitte tu alles in deiner Macht Stehende, um ihr zu helfen. Zusammen schützt ihr diese Welt vor dem Bösen, das sie zerstören will. Ja, und jetzt? Morgen, Janka! Du schwitzt der weh, verrückt! Geht's dir gut? Bist du sicher? Na, Mensch, du sagst! Aber übertreibst nicht, okay? Gro ist schon früher aufgegangen. Und er ist nicht wieder zurückgekommen. Warum habe ich dem ersten Bein schon Akzent gegeben? Egal. Also gut, nochmal speichern, damit ich mir das Gequatsche nicht nochmal anhören muss. Ah, da ist er schon. Der Crow. Janka, endlich wach, wie ich sehe. Ja, anscheinend. Du hast wirklich tief geschlafen, alles okay. Du fühlst dich doch nicht krank, oder? Was, du hattest einen komischen Traum? Ha! Also war es kein Traum? Du warst in der Welt der Geister? Ich bin verwirrt. Ja, das ist ein bisschen zu hoch für dich, nicht wahr? Jaja, da braucht man einen speziellen IQ, um sowas zu verstehen. Was? Welt der Geister? Ach, das ist doch Seher. Was macht der denn da? Hm. Das ist ein ziemlich komischer Traum. Ich frage mich, ob es so etwas wie eine Botschaft ist. Hm. Welt der Geister? War wohl nur ein Traum? Ich weiß nicht von einer Weltkrise. Er könnte ein wichtiger Hinweis für diese Geschichte mit dieser Welt der Geister sein. Das ist vielleicht die Chance, nach der ich gesucht habe. Ich muss ihn fragen, fangen und erforschen. Ja, jetzt ist wieder das Spiel in einem kleinen Freeze drin. Aber es wird sich gleich wieder fangen. Jedenfalls sind in letzter Zeit viele Wächter in der Gegend. Ich weiß nicht, ob sie hinter uns her sind, aber ich würde ihnen nicht zu nahe kommen. Wir reden mit Kellen, wenn sich alles etwas beruhigt hat. Ich weiß allerdings nicht, ob wir etwas ausrichten können. Es gibt auch viele Gerüchte über komische Typen hier in der Gegend. Wir müssen vorsichtiger sein. Pass auf dich auf. Komische Typen in der Gegend? Gehört Seher dazu? Wahrscheinlich ja. Ja, da ist er ja. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Seher von der Arcadia-Bewegung. Ich möchte dich kurz sprechen. Hast du ein paar Minuten? Keine Sorge, ich werde dir nichts tun, was sicherlich die Gerüchte über uns gehört. Aber trau mir, vor mir muss man keine Angst haben. Ich habe dir doch genau erklärt, wer ich bin, oder? Also, was sagst du? Vertraust du mir? Warum kann ich hier nicht Ja oder Nein anwählen? Ich verstehe. Dann habe ich keine andere Wahl, als Gewalt anzuwenden. Ich wollte nicht, dass es soweit kommt, aber es geht wohl nicht anders. Oh! Eine Zauberkarte! Er schenkt uns eine Zauberkarte! Ich bin so freudig erregt und... Krieg erst mal ein bisschen Kopfschmerzen. Genau. Deine Gedanken werden von Seher's Psy-Kräften gesteuert. Hör auf, dich zu wehren! Ich soll mich hiermit beeilen. Meine Arbeit darf nicht vorzeitig auffliegen. Okay, er hat uns eine Zauberkarte geschenkt und jetzt sind wir sein Freund. Soll ich stolz sein, meine wahre, mächtige Gehirnwäschetechnik genießen zu dürfen, ne? Hey, danke für die Zauberkarte, ne? Habe ich mir schon immer gewünscht. Du erinnerst dich an etwas aus deiner Vergangenheit, das du vergessen hattest. Einst haben du, Yusei und alle als seine Freunde an Seite, in Seite, in Seite, gekämpft. Seher, das Subjekt ist jetzt wach. Wir müssen die Gehirnwäsche verstärken, wenn das Subjekt unserem Befehl folgen soll, um der Widerstand bei Kontakt mit engen Freunden zu verstärken. Um den Widerstand zu verstärken. Also, okay. Was, die Wirkung lässt nach? Erhöht die Geschwindigkeit. Wenn das Subjekt ausbricht, könnte es äußerst unangenehm werden. Erhöht die Leistung. Die Gehirnwäsche darf nie wieder umgekehrt werden. Erinnert mich jetzt an das Lied von Kutavash. Brainwash, egal. Seher, die Lebenszeichen des Subjekts sind zu schwach. Das ist zu gefährlich. Bis zu einem gewissen Grad macht mir die Gefahr keine Sorgen. Das Subjekt hat das Bewusstsein verloren. Es könnte enden. Wie mit den Jungen damals. Brech die Gehirnwäsche ab. Er weiß, wann diese unverständliche Gehirnwäsche umgekehrt wird. Oh, wie es scheint, haben wir einen Eindringling unter uns. Ich kümmere mich persönlich darum. Stärke dabei das Subjekt in eine Zelle. Wir machen weiter, wenn es wieder bei Bewusstsein ist. Jawohl. Das Subjekt hat schon wieder das Bewusstsein verloren. Das könnte eines Tages tödlich sein. Sei es, wenn es der Wissenschaft dient. Das kann es doch nicht wert sein. Und haben wir nicht gesagt, wir würden den gleichen Fehler nicht noch einmal begehen? Würde jemand, würde jemand, bitte! Ich werde in der Welt der Geister gefangen gehalten. Bitte, hilf mir! Irgendjemand, bitte, hör mir zu! Mann, was für ein abgefucktes Spiel. Okay, von einem Trip zum anderen, egal. Gut. Kapitel 3. Die Begegnung. Die Welt der Geister. Und neue Verbindete. Okay, jetzt sind wir im dritten Kapitel. in unserem dritten Trip. Auf dem Weg, ähm... Ja, äh... Den Sinn des Lebens zu finden. Oh, was ist das? Steckt ein Stab in den Murzeln des Sets links. Aha, okay. Kann ich den irgendwie rausnehmen oder sowas? Geht das? Nein, anscheinend nicht. Na gut, aber hier ist ein Speicherpunkt. Hallo, Speicherpunkt, ich grüße dich. Speichere das Spiel. Und ja, jetzt müssen wir üblicherweise jetzt nach rechts laufen. Oh, ein Baum steht im Weg. Ein großer Baum versperrt im Weg. Du kommst nicht durch. Hm. Das heißt, wir sind gefangen. Wir sind lost. Okay, ähm... Aber hier ist ja dieser Stab. Vielleicht bringt er uns irgendwas jetzt. Warum hätte ich den nicht vorhin nehmen können? Boah, das Spiel ist doof. Warum kann ich den jetzt auf einmal nehmen? Das ist doch unnötig. Okay, jetzt haben wir einen Minusstab. Dieser Stab, der bewirkt, dass wir alles, ähm... Minus rechnen können. Ja, dort, ähm... Wo der Stab herausgezogen wurde, begann ein großer Baum zu wachsen. Ich glaube, ich habe immer noch einen fetten, fetten LSD-Trip. Na gut, dann gehen wir jetzt dort lang. Und Minusstab. Ich benutze die Minusstab-Attacke. Und, was passiert? Er ist verschwunden. Und was ist hier? Der Effekt des Minusstabs hat den großen Baum in einen Setzling verwandelt. Er hat also die Zeit quasi umgekehrt. Der Stab ist auch verschwunden. Es sieht so aus, als könnten diese Sterben natürliche Phänomene umkehren. Was du nicht sagst, Spiel. Was du nicht sagst. Und jetzt kommen wahrscheinlich viele tausend Rätsel jetzt dazu, die mich jetzt total verzweifeln lassen werden. Ein weiterer Minusstab. Das sieht ja auch einfach so rumliegen überall. Minusstäbe ragen hier, ähm... Und da aus dem Boden. Vielleicht kannst du sie benutzen. Drücke den Y-Kampf für einen neuen Versuch. Dies wird allerdings alle Item-Infos auf der Karte löschen. Es kommen wieder so blöde Rätsel. Okay, hier ist die... Minusstab-Anzeige, wie viele wir gerade haben. Oh, komm schon. Ich hasse sowas. Oh, da oben ist's. Was ist denn oben? Wie kommt die Kiste auf den Baum? Hm. Da fällt mir so ein. Buh, Karten sind so schwer zu bestragen. Als ob die Karten in so Kisten auf so Bäumen wachsen würden. Ist ja voll albern. Was zum? Überwachsend Pflanzen. Du kannst den Atem des Lebens spüren. Gut, dann setzen wir ihn einfach mal ein. Was ist da drin? Es ist eine leere Kiste. Okay. Da hat sich wohl so ein Gauner bereits die Karte vergriffen. Na gut, das heißt, wir haben diesen Minusstab verschwendet. Und das heißt, alles macht mal von vorne. Ach, jetzt wird uns wieder das erklärt. Ich glaube, ich mach hier Save-States, weil es einfach nur nervig ist, sich immer wieder diesen Dialog da anzuhören. Okay, hier ist ein weiterer Minusstab natürlich. Und jetzt werde ich hier einen Save-State setzen, weil es einfach nur nervig ist, wenn ich, wie gesagt, immer diesen Dialog mir anhören muss. Und hier ist ein zweiter Minusstab. Okay, jetzt haben wir zwei. Hier ist eine zerstörte Brücke. Können wir die vielleicht... Können wir den Minusstab hier benutzen? Und die Brücke dadurch wieder umkehren und aufbauen? Jep, das hat funktioniert. Aber was hat es jetzt gebracht? Gar nichts. Das können wir hier logischerweise theoretisch angeln, wenn wir möchten. Aber hat im Prinzip nichts gebracht, ne? Und das heißt... Loaden. Ich glaube, ich muss mir das Ding merken. Die Schnelltaste. Äh, die Schnelltaste ist... Die 2. Okay. Alles klar. Dann probiere ich es einfach mal. Was ist da drüben? Hier ist ein weiterer Baum. Es bringt nichts, wenn wir den jetzt da klein wachsen lassen. Hier ist ein schöner Wasserfall. Das Wasser stürzt in einem Wasserfall herab. Ah, wir können den Minusstab daran benutzen. Und was passiert? Der See ist trockengelegt. Oh, der Fluss wurde ausgetrocknet. Okay, und jetzt müssen wir noch an diesem See irgendwie vorbeikommen. Theoretisch könnten wir jetzt natürlich da einfach runterjumpen. Aber das Spiel möchte natürlich nicht, dass wir so etwas Cheaterisches machen. Ja, die Kiste hier ist leer. Also es bringt uns nichts, wenn wir die jetzt holen. Ist hier vielleicht etwas? Was? Nein, hier ist nichts. Ich muss mich hier vielleicht erstmal umschauen. Vielleicht finde ich hier ja ein paar Hinweise darauf, was ich machen kann. Und, ähm... Hier geht es nicht weiter, aber vielleicht muss ich irgendeinen Baum dann umstoßen oder sowas. Und dann kann ich den vielleicht als, ja, als kleine Brücke benutzen. Aber ob das hier funktioniert, ist eher unwahrscheinlich. Ich benutze nicht auch mal. Das ist ja dann Verschwendung, wenn ich den Wasserfall ist, dann deaktiviere und dann wieder aktiviere. Was bringt es denn, wenn ich hier den Baum jetzt hier... Ich mache mal einen Save-State und speichere mal kurz und, ähm... Welchen Dingen... Genau, im Zweiten. So, dann schaue ich mal nach. Ene, ne, ne, muh... Und? Was passiert? Dass hier immer eine Beschreibung sein muss, das ist doch nervig. Na, geht's nicht. Ist die Brücke... Hat sich hier jetzt was verändert? Nein, hat sie nicht. Mh! Was ist hier? Gar nichts. Und dass wir diesen Baum haben einwachsen lassen, ist auch unnötig. Gut. Loads... Loads-State. Was habe ich denn jetzt gemacht? Äh... Zack. Kann mir vielleicht jetzt die Brücke... Ich probiere es jetzt mal mit der Brücke. Was anderes kann ich mir jetzt auch gar nicht erklären. Häh! Äh... 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 Das bringt gar nichts. Warum bringt das nichts? Ich hasse solche Rätsel. Ich bringe mich auch zum Verzweifeln. Und wir haben keinen Minusstab mehr. Nein! Verdammt, die Schnelltasse funktioniert nicht. Damit selektiere ich das Ganze nur... Na, das ist ein guter Mal. Ist eben so auf die andere Methode. Mann, das ist so ein schöner Punkt in diesem Spiel. Keine duelle, nur blöde Rätsel. Ach ja. Warum kaufen wir nicht das Spiel eigentlich, wenn man kein Yu-Gi-Oh! spielen kann, aber dafür ein paar unnötige Rätsel machen muss. Hm. Hier ist nichts. Ach, wir... Puh, 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 puh. Wir kommen da einfach so runter. Puh, puh, puh. Okay. Okay. Das erklärt natürlich alles. Ähm... Eine Aufladung haben wir noch übrig. Und hier geht es ja auch schon weiter. Das heißt, ich kann ihn eigentlich hier jetzt auf dieser Kiste einsetzen. Ich hoffe, es ist was Cooles da unten. Oder in dieser Kiste. Und was ist da? Was ist da? Was ist da? Eine leere Kiste. Puh. Perfekt. Na gut, aber hier ist zum Glück noch ein zweiter Minusstab. Und damit können wir, glaube ich, diese Tür hier im Morsch werden lassen. Und kommen dadurch vorbei. Das Tor zur Stadt schwank. Scheint sich zu öffnen, wenn die Wassermühle läuft. Setze die Minusstab weise ein. Gehe zur anderen Seite und bringe die Wassermühle zum Laufen. Dann wird sich diese Tür öffnen. Kann ich nicht einfach die Minusstab hier benutzen? Puh, puh, puh. Safe State. So. Ich nehme jetzt den vom... Na, ganz alten. Einen ganz alten Safe überspeiche ich jetzt. 28. Juli. Nein! Verdammt, ich habe geladen. Verdammt, dauerbar. Jetzt muss ich alles nochmal machen. Na gut. Also gut, dann. Willkommen bei Let's Laufen durch die Gegend. Hier in Yu-Gi-Oh 5Ds. Revenge of Arcadia. Wir sind jetzt gerade dabei zu laufen. Wer hätte es gedacht? Ja, das ist mal wieder sehr spannend. Aber jetzt haben wir natürlich einen Vorteil. Wir wissen jetzt, dass diese Kiste hier leer ist. Das heißt, wir müssen den Minusstab hier gar nicht mehr benutzen, hier, um diesen Baum zu fällen. Gut, ich glaube, diesen Dialog müssen wir uns noch mit anhören. Von irgendwie her blablabla, stimme zu dir, das Tor scheint sich zu öffnen, wenn Wassermühle in Gang gesetzt wird. Geh auf der anderen Seite und bringen die Wassermühle zum Laufen, dann wird sich diese Tür öffnen. Genau, dann mache ich hier jetzt den Safe-State. Ich überspeichere jetzt den hier. Und benutze jetzt einfach den Minusstab, um die Tür morsch werden zu lassen. Vielleicht klappt es ja. Sieht nicht so aus, als würde der Minusstab diese Tür öffnen können. Okay, den haben wir verschwendet. Das heißt, loben. Zack. Natürlich müsst ihr das in der Praxis dann immer wieder neu machen, komplett alles neu. Aber ich mache das jetzt einfach nur mit den Safe-States, um mir ein paar Nerven zu ersparen. Denn ihr wisst, wie ich diese Rätsel mag. Alles klar, dann gehen wir jetzt hier nach unten. Oder was ist hier? Eine Brücke. Okay, jetzt haben wir das Problem, wir müssen hier diesen Wasserfall wieder aktivieren. Oder hier muss ja irgendwo eine Mühle sein, glaube ich, ne? Ich suche mal nach der Mühle. Vielleicht finde ich die irgendwo. Ist das hier die Mühle? Ich weiß es nicht. Das sieht nichts nach dem... Ach da. Dritter direkt vor meiner Schnauze und ich sehe es nicht Perfekt So Müll ist aktiv aber ich glaube das Wasser muss auch noch aktiv werden Dann habe ich schon mal nach ob es auch schon so reicht Und wenn nicht dann ist es Wieder ein schwieriges Rätsel Denn ich muss es da drüber Dem Wasser veraktivieren und Ah ja perfekt Von irgendwoher dringt eine Stimme zu dir. Ach, nee. Das Tor zur Wassermühle läuft. Tut's. Setze den Minus dabei sein. Ich hab doch die Wassermühle aktiviert. Was wollen die noch? Da ist zwar kein Wasser, aber da steht die Wassermühle muss aktiviert sein. Da steht nichts, dass ich den Wasserfall noch aktivieren muss. Scheiß. Ich hasse solche Rätsel. Ich hasse sie einfach. Ich war noch nie ein Fan davon. Am nächsten würde ich die jetzt einfach in diesem Spiel komplett immer überspringen wollen. Aber ich kann sowas ja natürlich nicht machen. Warum, weiß ich nicht. Ich muss einfach da durch. Ich weiß nicht, warum ich das machen muss. Aber ich will mich einfach nur selber ein bisschen quälen. Genau. Okay. Aber wenn ich den Wasserfall jetzt aktiviere, dann komm ich nicht mehr rüber. Weil dann Wasser davor ist, oder? Aber hier ist ja ein Stein, ne? Der könnte eigentlich das Wasser blockieren, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Denn das Wasser kommt hier eigentlich auch durch und da hinten eigentlich auch. Aber mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss das jetzt so machen und muss den Stab dann einfach hier bei der Wassermühle äh, Quatsch, hier beim Wasserfall noch mal aktivieren. Okay, jetzt habe ich ja Glück und ich kriege einen weiteren Stab. Vielleicht ist da oben irgendwo noch ein Stab und der fließt dann nach unten oder so. Ach, keine Ahnung. Okay, noch mal probieren. Eine zweite Verwendung des Minusstabs hat den normalen Fluss der Zeit wieder hergestellt. Also wenn man hierfür ein Skript, ähm, ein extra Skript einbaut, dann muss es glaube ich so sein, dass man das machen muss. Jetzt hoffe ich, dass ich da irgendwas finde, hier am Flussufer. Komm ich da rüber? Ich glaube, es ist zwar nicht, aber, nee. Jetzt kommt da. Jetzt ist es genau das, was ich befürchtet hatte. Ich aktiviere den Stab und ich komme da nicht mehr rüber. Aber vielleicht muss ich das komplett anders machen. Was ist das für ein blödes Rätsel? Ich mache es jetzt nochmal komplett von vorne. Vielleicht komme ich ja dann drauf. Ach ja, wir schauen da in diesen schönen Fluss rein und spüren tiefe Verzweiflung, da wir gefällt haben. Okay. Jetzt wird uns das nochmal erklärt. Wo ist meine Speed-Taste? Ach ja, richtig. Ich habe keine. Das ist Minusstart Nummer 1. Ich muss da irgend so eine Brücke bauen, glaube ich. Vielleicht erst mal so. Ich probiere es jetzt einfach mal so auf diese Methode. So, Brücke. Ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt. Ich probiere es einfach mal so rum. Vielleicht klappt es ja dann. Dann deaktive ich den Wasserfall, gehe rüber, hole mir den Stab, benutze ihn dann, um die Brücke komplett zu reparieren und dann... Ja, müsste es, glaube ich, klappen. Oder vielleicht auch nicht. Ich probiere es jetzt einfach mal, ne? Okay, das war der zweite. Ah, warte, 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 warte. War da gerade so ein Geräusch? Egal. Ich habe das Geräusch gerade irgendwie... Ich habe da irgendwie gerade so ein Geräusch vernommen. Ach, ist ja auch egal. Na gut, dann gehe ich jetzt wieder über diesen bescheuerten Fluss. Oh, Mann. Wir haben lange kein Duell mehr gemacht, ne? Gute zwei Parts, glaube ich. Mit diesem hier natürlich. Schon ein bisschen traurig, in einem Yu-Gi-Oh! Spiel ohne Duelle auszukommen. Na gut. Ich schaue jetzt mal nach, was passiert, wenn ich hier diese Brücke aktiviere. Ich weiß, wir müssen den aktivieren, um die Mühle wieder aktivieren zu können. Aber ich schaue jetzt mal nach, ob das hier irgendeine Bedeutung hat, diese Brücke, eine wichtige. Die Mühle-Stab hat die Blablabrücke wiederhergestellt. Aha, jetzt ist die Brücke komplett fertig. Okay. Gut, jetzt bräuchten wir nur noch einen neuen Mühle-Stab, um die Mühle wieder aktivieren zu können. Und um den Wasserfall natürlich auch noch zu aktivieren. Aber wo befinden sich diese... Ich gehe jetzt mal zum Tor. Vielleicht bekomme ich hier einen von dieser seltsamen Stimme. Kling. Von irgendwoher trinkt eine Stimme zu dir. Das Tor zur Stadt schwank. Wahrscheinlich zu öffnen. Kann ich nicht einfach da reinschreien? Hallo, öffnet mir die Türen. Ich will nicht so ein Rätsel lösen. Aha. Das ist doch so ein blödes Rätsel. Ich wette, ihr habt es schon längst, ne? Nicht wahr? Stimmt doch, oder? Ich wette, ihr kennt schon die Lösung. Ich wette. Ich bin halt so blöd und komme nicht drauf. Wie funktioniert das? Wie komme ich da durch? Früher wusste ich es auswendig, wo ich das Spiel häufig gespielt habe. Da habe ich das Spiel mehrmals immer neu durchgespielt. Und ja, dann wusste ich natürlich diesen Weg. Allerdings ist es schon Jahre her, wo ich das Spiel letztens gespielt habe. Deswegen weiß ich es jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Auf jeden Fall habe ich es falsch gemacht. Aber wo findet man dann noch einen Minusstab? Also ich glaube, die Brücke muss auf jeden Fall wieder funktionieren, weil man kommt hier nicht anders rüber. Oder vielleicht doch. Das ist natürlich seltsam. Soll ich im Internet nachschauen? Noch eine Lösung? Hä? Moment. Das war unnötig. Dass wir diese Brücke hier repariert haben, war unnötig. Auf jeden Fall. Okay, ich glaube, ich habe es. Diese Brücke darf man nicht aktivieren, sondern diese muss man hier später erst aktivieren. Okay, ich glaube, ich habe die Lösung. Ich habe die Lösung, glaube ich. Aber ich glaube es nur. Ich bin mir nicht sicher. Oh ne, wieder dummes Quatsch. Minusstäbe ragen auf dem Boden. Wir können sie benutzen. Wir können Y für einen neuen Versuch benutzen. Alles klar. Oder auch nicht. Was für ein bescheuertes Rätsel. Dann hier, Wasserfall. Du wirst ausgetrocknet. Willkommen in Afrika, Bitch. Ja, dieses Geräusch. Genau dieses Geräusch. Ich habe mich vorhin nicht irgendwie verhört. Das war ein Geräusch vom Spiel. Und nicht von irgendwo draußen. Da dachte ich es mir doch. Ich habe mir schon gedacht, das kommt von draußen irgendwo, das Geräusch oder so. Und nicht vom Spiel. Dann sammle ich hier diesen dritten Minusstab ein. Und danach tue ich die Brücke wieder aufbauen, aktiviere den Wasserfall und dann müsste eigentlich alles klappen. Tadaa. Okay, jetzt nochmal den Wasserfall benutzen. Oder aktivieren. Leider haben wir die Wassermühle nicht aktiviert, aber die kann sich glaube ich auch so aktivieren. Von selber, oder? Wenn das Wasser ja dann ins Getriebe des Wasserwerks reinströmt. Hoffe ich zumindest. Was ist dieses, was ist das für ein Geräusch? Ah, das ist das Geräusch des Wasserrads. Wenn es sich dreht. Ach, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall haben wir es jetzt geschafft. Boah. Ich habe jetzt eine halbe Stunde für dieses Rätsel gebraucht. Ich bitte ein Gymnasiast hätte das in 10 Minuten geschafft. Aber ich bin ja nur ein Wirtschaftsschüler. Was soll ich denn da machen? Okay, die Tür ist auf jeden Fall jetzt offen. Boah. Was für ein Giraffe. Wir kommen in Venedig. Sieht irgendwie aus wie Venedig. Also von dem Häuserstil. Ich meine, südeuropäische Länder haben so einen Baustil irgendwie. Mit diesem Marmor und... Ach, keine Ahnung. Da will ich mal Auin auf Schlau tun und dann fail ich hier. Okay. Oh, Affen. Wir kommen auf den Planeten der Affen. Du schaust das. Ich schaue hier. Aha. Aha. Okay. Ja, genau. Fällt überhaupt nicht auf. Genau. Er macht sich hier zum Affen. Wie kann man sowas nicht sehen? Egal. Puh, das war knapp. Die haben uns fast gefunden. Ich bin Tarunka. Du bist ein Mensch, was? Dann bist du wohl etwas Besonderes. Du musst auserwählt sein. Bin ich hier jetzt in der Matrix, oder was? Diese Typen... Dort gehören Zemann, dem Affenkönig. Er lässt über diese... Er herrscht über dieses Land. Zemann hat viele Geister mit dem Fluch des Minusstabs gefangen. Ich wollte fliehen, aber mich hat der Fluch erwischt. Deshalb bin ich klein und hässlich. Ich war mal ein hübscher und versierter Zauberer. Auch wenn ich jetzt nicht mehr so aus... Was aussieht? Äh, was schaust du so? Du glaubst mir nicht, was? Öffne deine Augen. Schau dir nur die leere Hülle dieser Stadt an. Das sollte Beweis genug sein. Was denn, teile Geschichte hast du nicht angezweifelt? Was denn dann? Du glaubst, dass du nicht, dass ich mal... Bla, 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 blödes Gequatsche. Warum lese ich das vor? Ich will Yu-Gi-Oh! spielen und mir nicht anhören über seine Lebensgeschichte. Mann! Okay, warte. Jetzt kriege ich irgendwas... Irgendwas Unnötiges. Ah, okay. Ähm, ne, ne, das ist nicht unnötig. Mein Deck, danke. Also glaubst du mir jetzt... Bla, 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 blödes Gequatsche. Karten in dieser Welt. Alle reale Welt nicht selber finden. Winziger Körper nicht zaubern. Selbstvertrauen fehlt. Äh, wirst du dich jetzt mit Bedulien? Okay, sag das doch gleich! Okay, ähm, ja, ich mach jetzt erstmal Schluss und muss das Ganze eh erstmal verdauen. Also, im nächsten Duell du leben wir uns mit diesem... Was weiß ich, was das für ein Typ ist. Also, bis zum nächsten Bot. Macht's gut, euer AnkelP. Ciao!